Die malerische Küste Portofinos. Du und deine Liebste, Geliebte, Freundin, Freund, Liebhaber, Mann, Ehemann, deine Affäre haben wir alle verstanden. Der perfekte Moment. Dafür habe ich den Portraits of Portofino-Drink entwickelt. Was brauchen wir denn hier Schönes? Als erstes brauchen wir natürlich ein passendes Glas und Eis. Ich habe mir überlegt. Ich habe mir für diesen Drink einen sehr fancy blauen Eiswürfel herstellen lassen, gefolgt von 4CL Limoncello ins Glas gießen. Als nächstes folgen 12CL Prosecco. Kann man natürlich auch ein bisschen professioneller machen als ich. So, dann noch 2CL Mineralwasser, um das Ganze ein bisschen Spritzigkeit zu verleihen. Das Glas ist noch ganz schön leer, ne? Kann man mit Schuss. Ein kleiner Schuss. Für den frische Kick noch ein wenig Minze. Diese ganz leicht verreiben in der Hand. Riecht doch einfach immer schöner. So, reinlegen. Und die Zitrone darf natürlich nicht fehlen. Und voila. Fertig ist der Portraits of Portofino. Was darf natürlich wieder nicht fehlen? Der Teststreifen und der Portraits of Portofino-Duft. Ein super schöner, ziterischer Duft. Einfach wieder, bevor ihr das erste Mal am Drink nippt, den Duft riechen. Perfekt. So, fertig. Achso, ja, falls das nicht der perfekte Moment sein sollte an Portofinos Küste mit eurem Date, die liebste, geliebte Affäre, dann renn. Aber vergisst den Drink nicht. Ciao.